Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Eintracht Frankfurt den Vertrag mit unserem sportlichen Leiter Bruno Hübner, mit unserem Sportdirektor Bruno Hübner, um weitere zwei Jahre verlängert hat, bis zum 30.06.2016. Wir sind sehr erfreut, dass wir weiterhin auch eines unserer Hauptziele in unserem Verein Kontinuität auf den entscheidenden Positionen beweisen können. Und wir sind froh, dass Bruno weiter an Bord ist und wir hoffen, dass er auch in den nächsten Jahren bis 2016 die gleiche Erfolgsstory aufzeigen kann, die er in seiner bisherigen zweieinhalbjährigen Tätigkeit bewiesen hat. Es waren unaufgeregte Gespräche. Der Wille von Bruno, so kann ich es glaube ich sagen, war da, auch gerne hier zu bleiben. Umgekehrt war es genauso. Und der Vertrag gilt, die Frage wird sicherlich kommen, gilt natürlich für die Erste und auch, wie es sich gehört, für die Zweite Liga. Das soll aber kein Wink mit dem Zaunpfahl sein, sondern einfach nur eine faktische Feststellung. Vielen Dank.